Naja, nicht viel Zeit. Wer war das? Mongolen? Nein, eine andere Bande. Verräter. Yamaneko und seine Bande verbrüderten sich mit den Mongolen. Die Mongolen gaben ihnen Huachas. Wer sind diese Banditen? Wo finde ich sie? Frag Zugi. Sie kann helfen. Das Dorf im Süden. Roter Kaserhut. Warn sie, dass sie kommen. Ich höre die Huachas. Lauft! Nikos Bande. Nur eine Überlebende zu haben. Unter! 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 Was ist das? 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 Was ist das?